Musik Musik Was wird das? Nein, danke, jetzt zieh Leine. Warum hat er uns nicht geholfen? Das war so eine blöde Maus und so eine blöde Hand, wie man das Ding nennt. Auf jeden Fall, wir brauchen sowas nicht mehr. Ihr habt doch wirklich einen an der Waffel. Halt's Maul. Das hat funktioniert. Ihr seid echt schlecht. Jetzt ist es aber ruhig, bitte. Er hat gesagt, es ist du, du machst nicht diesen Unsinn. Können wir es nicht später machen, ich bin noch nicht bereit. Jetzt mach es doch endlich, alles klar, ich mach ja schon. Entschuldigung, können wir vielleicht handeln? Hm, hm, vielleicht mit einem Super Mario Odyssey oder Switch 2? Der will handeln mit Konsolen. Ich zeig mal euch, was handeln ist. Weißt du, ich hab darauf keine Lust. Wisst ihr, worauf wir alle keine Lust haben? Dass wir von King Sega abgekauft wurden, aus dem Weg. Ja, Sega ist aber eine geile Firma. Fahr mal ruhig, Digga. Ich bin jetzt mal gespannt. Stop! Oh, meinst du. Oh! Ah! 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 Bis zum nächsten Mal.